Im Juni 2021 endete die durchaus erfolgreiche Ära von Markus Kretschmer bei der Wiener Austria. Noch wenige Monate später fasste er im sportlichen Bereich wieder Fuß und das Ganze ohne die Vereinsfarben oder auch die Heimstätte zu wechseln. Die Gegenwart lautet American Football, die Wiener Vikings haben es ihm angetan. Seit Oktober, November ist er schon im Amt, hat sich so ein bisschen reingefühlt und in berateter Funktion stehen Sie dem Verein zur Seite. Zunächst einmal danke für Ihre Zeit. Sehr gerne, hallo. Bevor wir ein bisschen in die Materie hineingehen, in Ihre neue Funktion ein bisschen eintauchen. Offen gesagt, nach 23 Jahren Fußballgeschäft, haben Sie die Nase voll gehabt vom sportlichen Bereich? Da war klar, Markus Kretschmer gibt es nur im Sport. Nein, muss ich wirklich sagen, natürlich haben 23 Jahre Fußball extrem geprägt, aber natürlich muss ich sagen, habe ich fast meine gesamte berufliche Karriere bis auf einen kurzen Ausflug am Beginn ins Bankwesen im Sport verbracht. Dort habe ich mir auch mein Netzwerk, meine Beziehungen auch über den Fußball hinaus aufgebaut. Und ja, ich merke es jetzt ganz einfach in meiner neuen Tätigkeit. Ich habe mich selbstständig gemacht mit meiner eigenen Firma MK Consulting, aber dass der Hauptfokus natürlich im Sport liegt. Und als dann die Anfrage von den Vienna Vikings und dem Karl Wurm kam für das neue Projekt in der Elf, war ich sehr schnell Feuer und Flamme. Jetzt wissen wir auch, dass Sie eine langjährige Freundschaft auch schon verbindet, Karl Wurm und Sie. Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Er hat gewusst, Sie sind bei der Wiener Austria weg. Hat Sie umgehend kontaktiert oder haben Sie einmal einen Monat verstreichen lassen und dann ist losgegangen? Nein, ich glaube, da muss man ein bisschen zurückgehen. Was mich mit dem Karl Wurm schon über Jahre verbunden hat und zwar sehr, sehr wichtig, wenn wir mit jungen Menschen arbeiten, die Ausbildung der jungen Spieler. Weil wir in beiden Sportarten – Football, Fußball – einfach tagtäglich erleben, wie schnell eine Verletzung oder andere Umstände eine doch vielversprechende Karriere oft stoppen können und ja nur ganz, ganz wenige Sportler wirklich auch später davon einmal leben können und ihr Leben finanzieren können. Und deswegen haben wir eigentlich gemeinsam mit dem Basketballern der Timberwolves und Volleyball mit Post Sokol und dem jeweiligen Präsidenten hier ein Projekt vorangetrieben, die erste Wiener Ballsportakademie. Ein öffentliches Gymnasium. Es war ein langer Kampf, das ja jetzt dann auch in Zukunft neben der Generale Arena neu gebaut wird. Das war ja Teil des Viola-Parks, wo halt auch zum Beispiel die Eishockeyjugend der Wiener Capitals mittlerweile dabei ist. So ein bisschen nach dem Vorbild von Stamms, aber eben für Mannschaftssportarten. Und das war gar nicht so einfach, wie man das auch immer damals in der Champions League, mit der Juve League erlebt, wo die Schüler am nächsten Tag in die Schule gehen sollten. Und das haben wir einfach forciert und das hat uns eigentlich verbunden. Und wir haben dieses wirkliche Vorzeigeprojekt, das auch in Europa seinesgleichen sucht, hier vorangetrieben. Und so war es dann eigentlich ein logischer Schritt, dass ich im Sommer und nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen Urlaub und ein bisschen Batterieaufladen nach den doch sehr zehrenden Jahren zuletzt bei der Wiener Austria diesen Schritt gemacht habe, dass Karl Wurm auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Markus, wir haben da ein wahnsinnig interessantes Projekt, aber ich hätte gerne deinen Input. Und da hat er mir das Projekt dann vorgestellt, eben dieser neuen European League of Football. Und mir war dann relativ schnell klar, nach einer kurzen Recherche, da müssen die Wiener Vikings dabei sein. Das ist ein elementarer Schritt für den Football nicht nur in Österreich, sondern in Europa. Es hat sich ein bisschen in Österreich durch die Rivalität, die sportliche Rivalität zwischen Vikings aus Wien und den Raiders aus Innsbruck so ein bisschen totgelaufen gehabt. Und daher war das Projekt der European League of Football extrem spannend. Und man hat auch gemerkt, dass die European League of Football unbedingt die Wiener Vikings dabei haben möchte. Die Wiener Vikings waren ja die erste Erweiterungs-Franchise im zweiten Jahr und so hat das Ding eigentlich seinen Lauf genommen und ich bin froh, dass ich da aber wie gesagt den Beratern der Tätigkeit mit dabei sein kann. Auf die European League of Football kommen wir gleich zu sprechen. Ich würde ganz gerne auf dieses Ausbildungssystem nochmal gerne zurückkommen. Sie haben gesagt, Sie vergleichen das vielleicht mit Stamms, wo natürlich jetzt Skigebieten durchaus Erfolge auf österreichischer Seite gefeiert werden. Wie viel Potenzial sehen Sie insgesamt? Die Begeisterung ist herauszuhören, aber wie viele Stolpersteine, wie viele negative Erkenntnisse hat man vielleicht auch in dieser Durchführung gewonnen? Es war ein langer Kampf, es war auch ein langer Kampf im Schulsystem. Man muss aber dann wirklich sagen, dass hier auch viele Funktionäre bei der Austria mitgeholfen haben, letztendlich in dieser Kombination Bundesministerium, Stadtschulrat eine Lösung herbeizuführen, worauf Wien glaube ich einmal grundsätzlich sehr stolz sein kann. Und auch immer wieder bei meinem Gespräch noch im Fußball, in der Champions League oder wenn ich in Dortmund war und dort meine Freunde besucht habe, jeder eigentlich das toll empfunden hat, dass es gelungen ist die Spitzensportler in einer guten Ausbildungsstufe. Es ist quasi ein fünfjähriges Oberstufengymnasium statt vier Jahren, so zusammenzufassen, dass sie professionell trainieren können. Und man darf nicht vergessen, diese zukünftigen Profis arbeiten ja nicht nur beim Klub, sondern auch im Nachwuchs-Nationalteams, da ist in der Faktor Zeit sehr wichtig. Und auch damals schon, auch in der Vor-Corona-Zeit mit modernen Lehrmitteln, E-Learning etc. haben wir hier ein tolles Programm geschaffen. Wir waren dann auch sehr stolz, dass wir beispielsweise innerhalb der Wiener Austria bei den Young Violets sehr, sehr viele Spieler drinnen hatten oder aktuell beispielsweise ein Matthias Braunöder hat glaube ich mit Auszeichnung maturiert. Der ist da. Huskovic hat jetzt zuletzt die Matura gemacht und fünf, sechs andere auch. Und das ist einfach die Basis für ihre Zukunft. Denn, wie ich es vorher gesagt habe, eine Verletzung etc. kann dich immer zurückwerfen. Und dann hast du einfach eine gute Ausbildung, wo du dich auch mit einem Universitätsstudium weiterbilden könnt. Und gerade im Bereich des Football hat man ja auch gesehen, wo auch die Spieler oft wissen, dass sie wahrscheinlich ganz, ganz selten, mittlerweile gibt es eben Spieler, die auch in die NFL eben aus diesem Nachwuchsprogramm gekommen sind, wie ein Reimann, ein Seikovic. Aber das ist ganz, ganz wenige wirklich schaffen. Und da ist dieses Thema Bildung und Sport, die Leidenschaft für den Sport zu verbinden, so extrem wichtig. Man sieht das im Volleyball, man sieht es im Football, man sieht es im Basketball. Auch ein Jakob Pöltl ist ein Absolvent dieses Schulsystems. Und das macht mich doch sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass wir hier, glaube ich, schon ein System geschaffen haben, das wirklich zukunftsweisend und auch für die jungen Menschen sehr, sehr wichtig ist. Von den Jungen kommen wir zu den Erwachsenen, die jetzt auch in dieser European Liga Football spielen. Nur für unsere Zuschauer, es ist die zweite Saison und die erste für die Vikings, wo man hier eingestiegen ist. Die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen. Sechs Spiele, sechs Siege. War das am Papier so geplant oder muss man davon sprechen, dass vielleicht auch ein paar Schnittpartien dabei waren, wofür die Vikings viel gesprochen hat? Nein, ich glaube, man muss hier sehr klar trennen und das war von Beginn weg auch in der Kommunikation mit der European Liga Football, das eine ist die sportliche Entwicklung und das andere ist einfach die wirtschaftliche Entwicklung. Da gibt es ein sehr klares Konzept, das hat mir von Beginn weg sehr gut gefallen. Im ersten Jahr acht Vereine, heuer vier dazu. Die zwei österreichischen Vereine, dazu noch Istanbul, um auch hier einen neuen Markt zu erschließen. Mit Rheinfeyr noch eine deutsche Traditionsmarke. Auch im nächsten Jahr Mailand dabei, Zürich dabei, Schekes-Verva, wieder neue Länder. Ich höre, dass man sehr weit ist, was auch das Thema England mit London oder Frankreich mit Paris betrifft. Ein klares Wachstumspotenzial auf 24 Mannschaften zu gehen, sehr ähnlich der NFL. Und auf der anderen Seite das Sportliche und da muss man sagen, ist es beeindruckend, was hier in Wien gelungen ist. Also wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, dass wir nach sechs Spieltagen, sprich nach der Hälfte des Grunddurchgangs, das einzige ungeschlagene Team sind, dann ist das schon wirklich beeindruckend. Es war ein spannendes Spiel, glaube ich, am ersten Spieltag auch auf hohem Niveau in Innsbruck. Da war sicherlich das Momentum für die Vikings. Aber dann auch der Auftritt gegen Frankfurt, den regierenden Champ sozusagen, in Istanbul oder auch gegen Wroclaw, sehr, sehr beeindruckend. Und auch, glaube ich, mit dem Venue Generale Arena dazu, da ist man am richtigen Weg. Aber wir sind am Beginn einer Entwicklung und es ist noch ein long way to go. Tirol haben Sie schon in den Mund genommen. Am Sonntag wartet dann das Rückspiel sozusagen hier in der Bundeshauptstadt. Ich glaube, Sie wollen noch ein bisschen die Werbetrommel anrühren. Wie viele Zuschauer hätten Sie denn gern? Oder was ist denn so der Zuschauerschnitt im Football? Kann man davon sprechen, dass man mit dem Fußball vielleicht langsam mithalten kann? Ja, also ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Also dieser Battle of Austria Part 2, wie ich gesagt habe, wie auch beim ersten Mal, dass das Spiel tituliert wurde, glaube ich, drückt es ganz gut aus. Beide sind die Performer sportlich. Das ist wirklich europäisches Top-Niveau, was hier gelungen ist. Von den Zuschauern sage ich das relativ klar. 17.500 passen in die Generale Arena. Wir hatten beim ersten Spiel die meisten Zuschauer des ersten Spieltages mit knapp über 4.000. Jahrhundert. Jetzt erwarte ich mir schon, dass wir die 5.000, 6.000er Marke, glaube ich, überschreiten. Es gibt ein tolles Rahmenprogramm, auch für die Jugend. Es ist ein wirklicher Family Event. Es ist etwas anderes als ein Fußballspiel. Auch das hat man gelernt. Aber ich glaube, dass eben auch so ein Stadion wie die Generale Arena Möglichkeiten bietet, die es bisher nicht gab. So toll hier die Ravelinstraße als Trainingszentrum ist oder die hohe Warte war, da ist die Generale Arena, glaube ich, noch einmal ein Venue. Und ich sage, jeder footballbegeisterte Österreicher und Fan, der Zeit hat, muss eigentlich am Sonntag in der Generale Arena sein, um dieses Spiel zu sehen. Noch einmal, das ist europäisches Top-Niveau. Das unterschätzen die Leute. Das ist nicht mehr AFL. Das ist eine europäische Liga. Ich würde es ein bisschen mit der Champions League im Fußball vergleichen. Und dort wollen wir hin. Also hoffen wir, dass möglichst viel kommen. Insgeheim habe ich einen Wunsch, aber ich sage jetzt einmal, wenn wir in die Richtung 5.000, 6.000 Zuschauer kommen, dann sind wir am richtigen Weg. Jetzt haben wir schon ein bisschen was erfahren über Ihre neue Funktion hier innerhalb des Klubs. Jetzt haben Sie schon vorher betont, Sie arbeiten nicht im operativen Bereich. Sie beraten und Sie sind auch Teilhaber der GmbH in der ELF. Heißt jetzt, was unter dem Strich für den Laien? Was dürfen Sie? Was dürfen Sie nicht? Was wollen Sie? Was wollen Sie nicht? Also es war mir von Beginn an wichtig. Ich glaube, es ist hier seit einigen Jahren ein tolles Team tätig. Das sind die Spezialisten. Die kennen sich aus. Sehr ambitionierte Leute. Aber es ist auch hier einfach eine neue Ära angebrochen. Und es ist aus dem kleinen österreichischen Markt auszubrechen, auf die europäische Ebene zu kommen, Owners Meeting in Deutschland und so weiter zu haben. Eine neue Sache. Und mir war es von Beginn weg wichtig, einfach hier beratend mit meinem Know-how beitragen zu können. Denn auch wenn ich vielleicht aus einer anderen Sportart komme, die Grundthemen sind sehr ähnlich. Wir haben eigentlich drei Säulen aufgebaut. Das erste war einfach diese Trennung des professionellen Teils, eben die Ausgliederung in eine GmbH in diesem Fall. Und der Verein, der ja nach wie vor tolle Nachwuchsarbeit leistet, im Fleckfußball, im Cheerleading, österreichische und auch europäische Spitze ist, dass der einfach auch weiter arbeiten kann. Dann einfach zu sagen, wir müssen eben hier auch neue Finanzierungsformen finden, selber das Bekenntnis zu geben, auch als Miteigentümer einen kleinen Anteil hier mitzunehmen, aber auch die ersten Investoren zum Klub zu bringen, dass wir starten können. Jetzt die Suche nach den Sponsoren in einem natürlich nicht einfachen Marktumfeld rund um Pandemie, Russland-Ukraine-Krise. Wir kennen all diese Themen, aber es ist eine riesige Challenge. Und auf der anderen Seite den wachsenden Football-Boom zu sehen. In Deutschland beispielsweise schon zweitbeliebteste Sportart in dieser auch relevanten Zielgruppe. Auch das ist sehr spannend, dass man sich hier wirklich auf diese Zielgruppe 14 bis 34 fokussiert, junge Leute dort hinzubringen. Und einfach auch meine Erfahrung eben aus den langen Jahren des Fußballs, auch auf der internationalen Ebene, ich war ja nicht nur bei der Austria, ich war ja auch in der Bundesliga im Aufsichtsrat, im ÖFB, auch in der ECA tätig. Und diese Erfahrungen einfach mitzubringen, immer wieder als Tippgeber aufzutreten, aber die ganze Organisation, Matchday etc., da gibt es seit Jahren ein hervorragendes Team, tolle ambitionierte Mitarbeiter bei den Vienna Vikings. Und da braucht nicht irgendeiner Obergscheit daherkommen und ihnen die Welt erklären. Trotzdem reizt Sie das, wenn Sie vielleicht in dieser Materie noch besser drinnen sind, dann auch operativ ein bisschen zu fungieren? Ich muss sagen, ich bin, weil ich doch auch einige andere Projekte beruflich verfolge, ob das jetzt Volleyball ist, Basketball, immer noch im Fußball und ich habe auch eine Lehrtätigkeit angenommen, wirklich genug ausgelastet. Aber ich habe auch einfach gelernt, sag niemals nie zu sagen. Es ist sicher spannend, wie die Entwicklung hier im Football weitergeht, in der European League of Football, aber es macht sehr viel Spaß. Aber jetzt bin ich mit meiner Rolle, wie Sie heute ist, sehr zufrieden. Gut, dann blicken wir auf die Vergangenheit zurück. 23 Jahre bei der Wiener Austria gewesen, ein sehr, sehr langer Zeitraum mit drei Meistertiteln, durchaus viel Erfolg. Ich glaube, drei Kapsiege waren da auch noch mit dabei. Gibt es so einen Moment, wo Sie sagen, das war definitiv der schönste Champions League 2013 möglicherweise? Ja, also ich habe es immer wieder bezeichnet. Ich bin das natürlich oft gefragt worden. Aber die Teilnahme an der Champions League, das spannende Spiel damals noch in der alten General Arena, wenn Sie so wollen, mit dem Rückstand und dann mit Roman Kinners, der das entscheidende Tor macht, diese Stimmung und dieser Jubel danach. Und zu wissen, dieser Traum der Champions League, wo ich eineinhalb Jahre vorher noch fast verhöhnt wurde, wie ich gesagt habe, das ist unser Ziel, das war schon ein toller Moment. Natürlich auch die drei Meistertitel, die wir feiern könnten, gemeinsam mit Peter Stöger und Christoph Daum. Ich glaube, es waren sogar mehr Cup-Titel dabei. Dann auch in der Champions League zu performen, tolle Städte zu sehen, tolle Freundschaften auch zu schließen auf internationaler Ebene. Das hat schon viel Spaß gemacht. Und auf der anderen Seite als Funktionär, weil ja mein Fokus nie im Sportlichen, sondern im wirtschaftlich-organisatorischen war, den Club weiterzuentwickeln, die Gründung der Aktiengesellschaft und auch zuletzt mit dem Star-Projekt, mit dem Stadion. Das waren schon absolute Highlights, die ich nicht missen möchte und war eine absolut tolle Zeit. Aber es war auch, glaube ich, gut, im letzten Sommer dann nach vielen Gesprächen zu sagen, wir machen den harten Cut, ich gehe komplett raus. Es sollen jetzt neue Leute beweisen, dass sie es anders machen wollen, dass sie es auf ihre Art auch in einem anderen Weg wieder erfolgreich gestalten sollen. Und der sportliche Erfolg des ersten Jahres war ja wirklich sensationell. Und letztendlich auch das wirtschaftliche Rahmenfeld, das dann getroffen wurde, zeigt ja, dass diese Austria als Traditions-Club eine tolle Zukunft versichert. Als Drittplatzierter spielt man auf jeden Fall international auch in diesem Jahr. Damit hätten vielleicht auch die wenigsten gerechnet, dass diese Mannschaft im ersten Jahr unter Manfred Schmidt dazu in der Lage ist. Wie sehen Sie denn die Kaderzusammensetzung jetzt für die neue Saison? Der Halberter-Lask-Kader ist mehr oder weniger transferiert worden durch die Bestellung von Jürgen Werner. Auf der anderen Seite hat man sich den Zweitliga-Torschützenkönig aus Lustenau geholt. Kann man da vielleicht Salzburg Paroli bieten? Da habe ich jetzt schon Christian Ilzer vergangene Woche gefragt. Er hat gesagt, es ist eigentlich kaum möglich, sie zu gefährden. Ich glaube, man muss es auch hier in zwei Dinge unterscheiden. Noch einmal wirklich Gratulation an Manfred Schmidt, sein Trainerteam, aber auch die Mannschaft, die da glaube ich etwas geschafft hat, das ihnen kaum einer noch im Sommer 2021 zugetraut hätte. Und vor allem mit dieser Qualifikation für eine Gruppenphase auch eine wirtschaftliche Planbarkeit für die anderen Partner gefunden hat. Ja, durch die neue Eigentümerkonstellation unter Beteiligung von Jürgen Werner und seiner Investmentgruppe hat man natürlich Zugriff wieder auf Spieler bekommen, die man auch früher schon einmal im Fokus gehabt hatte, aber sich einfach nicht leisten konnte oder damals einfach der Lask, weil er wirtschaftlich andere Möglichkeiten hat, geholt hat. Die sind jetzt letztendlich zu einer Austausch gekommen. Ich glaube, es ist ein sehr interessanter Kader. Aber ich glaube, es ist auch notwendig, einen solchen Kader zu haben, der auch diese Ausgewogenheit ergibt, weil so wichtig und gut es ist, auf die jungen Spieler zu setzen, die im ersten Jahr sensationell performt haben, auch die werden ihre Zähler haben. Dieser Mix aus Routine und jungen, aggressiven Spielern, vor allem auch aus Spielern, die aus dem eigenen Nachwuchs gekommen sind und hier noch einmal dieses Thema, wie wichtig die Young Violets als Unterbau sind, zeigt das ja auch, wenn ich jetzt an Braunöder denke, aber auch letztendlich immer noch schadet, dass ein Zakaria letztendlich zu Sturm Graz gegangen ist, der durch diese Schule gekommen ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist ein sehr spannender Kader. Vielleicht sind sie auf der einen oder anderen Position, würde ihnen noch etwas positiv dazu tun. Und ich glaube, auf der europäischen Bühne ist das ein toller Schritt, sich für viele Spieler präsentieren zu können. Wir kennen aber natürlich auch Ostra Wien. Auch das Publikum ist letztendlich eines, das den Erfolg sehen will. Und die Latte liegt natürlich mit Platz 3 aus dem Vorjahr nicht sehr niedrig. Und da wissen wir auch, dass die Fans und auch das Publikum etwas sehen möchten. Aber ich glaube, die Basis ist gelegt und es ist spannend. Aber Red Bull Salzburg ist doch einfach durch die Entwicklung der letzten Jahre auch der Breite des Kaders, wie sie gewisse Verletzungen wegstecken sollen. Ich glaube, nach wie vor das Nonplusultra, das haben sie mittlerweile auch in der Champions League bewiesen. Also das muss schon so sein wie 2013, dass du überperformst und sie viele Probleme bekommen, dass sie einer gefährden könnte. Ich glaube, wenn die Ostra sagt, zuerst Meistergruppe und dann wieder in ein europäisches Geschäft zu kommen, dann ist das schon im Sinne einer vernünftigen Entwicklung ein realistisches Ziel. Abschließend vielleicht nochmal, um auf die Salzburger zu sprechen zu kommen. Die haben jetzt einen Meistertitel nach dem anderen eingefahren. Die Konkurrenz weiß schon gar nicht, wie sie sie überhaupt am Platz schlagen sollen. Was machen Sie Ihrer Meinung nach seit Jahren richtig? Ist es einfach die finanzielle Kraft, die Sie haben? Ist es vielleicht das Scouting, was sich von anderen Mannschaften unterscheidet? Weil teilweise holen Sie ja No-Names von irgendwo her, die dann aber aufblühen und um mehrere Millionen weiter verkauft werden. Ja, Sie haben jetzt in der Frage, glaube ich, fast die Antwort schon sehr gut selber gegeben. Erstens einmal haben Sie über Jahre, eben, ich würde sagen, seit 2011, 12, als Rangnick und Roger Schmidt kommen, einfach ein System implementiert und das immer wieder weiterentwickelt. Das ist nicht selbstverständlich. Da muss man auch sagen, dass hier eigentlich der Christoph Freund im sportlichen Bereich und Stefan Reiter das nahtlos übernommen haben und auch entsprechend weiterentwickelt haben. Natürlich profitieren Sie auch von der gesamten Gruppe. Ich spreche da jetzt nicht nur von Leipzig, sondern auch von Ihren Hubs in New York und in Brasilien. Und natürlich auch vom Scouting, das Sie sich aufgebaut haben. Aber Sie können eben Gelder für Nachwuchsspieler ab. Wenn ich jetzt denke, Sesko oder wie auch immer, um welche Millionenbeträge die jetzt schon geholt werden. Oder jetzt auch der neue Spieler aus Frankreich. Dann sind das Dimensionen, die sich einfach alle anderen Klubs nicht leisten können. Dieses Risiko auch nicht einzugehen. Noch dazu, wo jetzt auch durch die FIFA-Beschränkungen auch das Thema der Investoren für Spieler immer schwieriger geworden ist. Da muss man den Hut dafür ziehen. Wie es so schön heißt, an die Spitze zu kommen, ist nicht leicht, aber geht. Dort zu bleiben ist umso schwieriger. Und das haben sie toll gemacht. Aber es sollte, glaube ich, doch für die anderen immer wieder der Anreiz sein. Und das hat man ja auch letzte Saison gesehen, wo, glaube ich, Klagenfurt sie geschlagen hat. Wo auch Ostra Wien sehr knapp dran ist. Die Spiele waren sehr eng, auch auf einem sehr hohen Niveau. Das ist, glaube ich, auch für Salzburg wichtig. Aber auch für die anderen, wenn man es im europäischen Vergleich sieht. Und deswegen, glaube ich, ist die österreichische Liga nach wie vor auf einem tollen Weg. Platz 8, glaube ich, in Europa im letzten Jahr. Immer noch sehr, sehr unterbewertet, was das Interesse betrifft im Vergleich. Aber wir sind da schon auf einem guten Weg. Und Salzburg ist quasi die Lokomotive und die anderen schieben hinten an. Und es kann eine sehr spannende Saison werden. Herr Gretschmer, auf jeden Fall besten Dank für das Gespräch. Alles Gute für die anstehenden Projekte und für das Spiel am Sonntag gegen die Raiders. Das war also ein interessanter Einblick in das neue Leben von Markus Gretschmer, der nach 23 Jahren bei der Wiener Austria dem Fußball den Rückenkehr. Der American Football ist also die Gegenwart. Aber er sagt nach wie vor, der österreichische Fußball ist auf einem richtig guten Weg. Jetzt gilt es aber mal, die wichtigen Punkte am Sonntag im Spitzenspiel der ELF zu holen. Der nächste KRONE TV Sport Talk folgt dann in wenigen Tagen. Ihnen eine schöne Zeit und bis bald. Bis zum nächsten Mal.